hallo und willkommen zu einem neuen video der spielzeugtruhe heute mit christian wir packen heute von playmobil city action die neue polizei kommando zentral aus und werden die natürlich nachher auch mal noch testen die kommando zentrale ist echt riesig selbst der karton ist schon riesig ist schwierig das überhaupt alles aufs bild zu bekommen wir haben wir auf der linken seite den hubschrauber landeplatz auf der rechten seite die kommando zentrale und auf der rückseite ein großes gefängnis mit zwei zellen außerdem ist natürlich noch der große innenhof dabei und vorne das schließbare tor bevor wir loslegen schauen wir uns natürlich mal noch an was dabei ist haben wir einmal die große kommando zentrale also der gebäudeblock aus drei teilen dann haben wir sechs pistolen und gewehre also zwei pistolen zwei maschinengewehre und zwei scharfschützengewehre sind das glaube ich dann ein waffenschrank ein bisschen inneneinrichtung für die kommando zentrale dann zwei polizisten und ein ganove mit einem skateboard außerdem ist noch ein fotoapparat und ein fingerabdruck set dabei damit die ganoven auch registriert werden können und links unten sieht man auch noch mal ein paar sachen die zur büro einrichtung dazugehören außerdem ist hier nochmal die der hinweis für eltern das ganze dauert 90 minuten aufzubauen ist also echt ein mega großes wert ich glaube auch das größte das wir bisher haben aber jetzt legen wir direkt mal los so die kommando zentrale steht und wir haben ja schon die zweite polizistin dabei die hubschrauber pilotin war ja auch eine frau die polizeistation besteht aus drei teilen einmal hier links der hubschrauber landeplatz mit einem anderen raum und runter den wir noch nicht kennen dann haben wir auf der rückseite das gefängnis mit zwei zellen oben sitzt schon jemand drin und unten ist glaube ich noch leer das sehen wir gleich und auf der rechten seite haben wir die kommando zentrale oben die zentrale und unten drunter noch einen weiteren raum den man so auch nicht sieht den sehen wir gleich jetzt gehen wir aber erstmal rein auf der rechten seite haben wir eben den hubschrauber landeplatz und unten drunter der erste geheime raum ist die waffenkammer da seht ihr schon haben wir zwei scharfschützengewehre zwei maschinenpistolen zwei schlagstöcke und zwei normale pistolen auf der rechten seite hängen noch die handschellen nebendran links noch ein bisschen platz um gefängniskleidung aufzubewahren und rechts liegt auch noch mal eine waffellose rum dann haben wir unten noch ein funkgerät und oben drüber ein paar wertgegenstände die unser ganove hat abgeben müssen entweder es ist was vom überfall oder es ist ein eigener schmuck vorne ist natürlich noch ein gepanzertes glas dran und dann schauen wir mal weiter hier haben wir noch den zweiten raum der unter der kommando zentrale ist hier werden die ganoven registriert haben wir verschiedene sachen an den wänden einmal vier fahndungsbriefe dann eine landkarte und natürlich noch eine wand an der gemessen werden kann wie groß die gangster sind die hier eingesperrt werden und oben drüber ist der kommandostand hier sitzt unser chef polizist vom computer da seht schon eine landkarte drauf von daraus kann er dann alle einsatzkräfte koordinieren und sagen wer wohin fahren muss wenn notruf eingeht direkt jemanden hinschicken und was man hier auch schön sieht ist dass alle polizeigebäudeteile hier verbunden sind über so brücken das heißt wenn jemand hier hinten mit dem hubschrauber landet dann kann der direkt über die brücke bis in die kommando zentrale zurücklaufen jetzt jetzt schauen wir uns noch den gefangenenblock an da haben wir eben unten die leere zelle und oben die besetzte zelle seht schon wir haben hier gerade ein ganoven einquartiert der ist hier aber auch gut versorgt der zahnpasta zahnbürste ein tisch eine toilette waschbecken alles da also sehr leiden muss er nicht und es gibt noch eine besonderheit hier an den zellen und zwar ist es hier diese wand hier können wir einen gefängnisausbruch spielen dazu kann einfach von außen hier so ein gebäudeteil herausgebrochen werden das kann zum beispiel in einem auto festgemacht werden und kann dann abgerissen werden außerdem kann man die anderen blauen tore die die gebäudeteil verbinden noch öffnen dazu macht man einfach das schloss hier auf und kann es dann aufklappen das war es mit der kommando zentrale sind echt richtig cool und richtig groß hat auch echt lange gedauert aufzubauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine kleine bewertung da über eure kommentare freuen wir uns auch immer demnächst werden wir noch eine große folge machen wo wir alle polizeisets zusammen vorstellen schaltet auf jeden fall auch wieder ein ansonsten abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann tschüss